Und wie ist das in der Türkei, Pokalsieger zu werden? Was ganz, ganz Großes. Ja, es war eine Saison, wo wir definitiv einen Titel gewinnen wollten. Der Verein große Transfers getätigt hat. Wir hatten eine Qualität, davon bin ich überzeugt, jedes Jahr Meister und Pokalsieger werden zu können. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit der Qualität, die wir dort hatten, auch Minimum die Europa League hätten gewinnen können. Gewinnen? 100 Prozent. Wer waren denn so Spieler, dass du sagst, die Qualität? Guti, Guaresma, Almeida, Chimao, also wirklich große Jungs. Für uns als Verein und für uns als Spieler war es was ganz Großes.